der alte der alte magier mit seinem bart ein wenig auseinander ein einzelner ein einzelner mai käfer oder so stiebt hinaus und versucht seine rippen zu betrachten ich weiß nicht was ihr seht guckt einmal an mein bäuchlein und eures also da ist doch ein durchaus veritabler unterschied zu sehen nicht wahr die zeichnet wird wieder aufgemacht und ihr könnt erkennen wie vier sklaven reintreten die sich dann auf den boden vor ich werfen so dass sie flach dort liegen einer von ihnen hebt noch den kopf wir dürfen ankündigen erz magier magister magnus kontrollarius und spektabilität tomic arterion dabei senkt er wieder seinen kopf und ihr könnt erkennen während er gerade fertig geworden ist wie ein skrupellos kultivierter fremdaus fremdartig aussehender mann durch die tür kommt in einem turban und einem kleinen stab in der hand dessen ja spitze zwei hörner stehen zu lamina kennt das ganze als symbol left hands ein pentagramm um seine brust gelegt als kette oder verschluss seines mantels und er sieht aus wie ein thulamidischer potentat mit einer pluder hose die tür geht auf einen schwenk seiner hände wieder zu und er setzt sich dann an einer der seiten nicht zu euch an den tisch nickt euch kurz zu und wendet sich dann auch an die drei anderen magister alurima magister dilhaban und magister pakizal ihr seid selbstverständlich willkommen schön dass ihr meine gäste mit etwas kultur abgelenkt habt ja zum anderen hat auch amus gar eure gäste sind die unseren es sieht nur was zumal amin für ein nettes spielzeug mitgebracht hat ist ja nicht entzückend schwester alchabra er rückt sich dabei so ein bisschen mit seinen händen die bludor hose zurecht so dass ihr wohl die umrisse von seinem penis erkennen könnt und tritt er wohl sehr betont männlich auf während er sich dann schneidersitz hinsetzt ihr habt mit angekündigt magisteria morenis und den grau magia boltax pro forma grau magia eigentlich nicht oder aber freut mich euch kennen zu lernen sehr freudig kennenzulernen wir hatten schon das verblieben gar nicht falls ihr euch erinnert wir erinnern uns wir erinnern uns also gut was führt euch in die mutter aller städte fasa die älteste unter allen nun zu aller jetzt möchte ich euch natürlich für eurer hilfe danken die ihr uns in grad angedeihen ablassen im kampf gegen die schwarze festung es ist nicht von anzuweisen das ist sehr gut für uns ausging und nun ihr tragt einen teil des verfolgs natürlich dazu bei dessen sind für uns gewusst wir haben euch den teppich aus weitsicht gegeben aber hero so voll nur hatte nur im besten von euch gesprochen das hatte ich gehofft nun dies ist allerdings nicht der einzige grund aus dem ich hier bin wie ihr wisst sind drei herbrechen tot wir hörten davon dass wahrhaftig schon drei ja der auch viel zuletzt ohne güte wie die zeit vergeht nun ich meine das hier noch an weitsicht ihr seid noch jung murenos in der tat was wir meinen nun galotta wurde ersetzt das wisst ihr sicherlich natürlich ihr wisst doch durch wen ich vermute es nun und ihr wisst doch in wessen obhut er sich befand bevor er verschwand das weiß ich allerdings nicht in eurer morena sind eure obhut ihr habt ihn entkommen lassen vielleicht wäre eigentlich im kontext ganz höfreich abtragende zungen sagen sogar ihr habt den sein entkommen war durch ihre unfähigkeit bedingt nicht weil ihr ihn habt lassen nun dies war nicht vorher zu sehen ich setzte große hoffnung in ihnen aber nun ja er tat was er tat es ist nicht mehr zu ändern und ich hörte ihr wart abgelenkt dadurch dass ihr magische putzarbeit erledigt habt man sagt ihr gebt euch zu viel mit den belangen von nicht begabten um und verliert euren fokus mit wem ich mich umgebe ist allein meine sache nicht wenn ihr erfolg wollt nur das allerbeste personal sollte euch umgeben wir hatten wir gebt euch mit zeit wie konservatien ab in der tat wollte sagen dass die konservatien nicht zu den besten gehört bekommen hat zu viel in exischen ruinen herumgestöbert was hat sich ein oder zwei würmer eingefangen zu haben in der zeit das war aber mir nun ich kann euch versichern dass er bei geistig beste gesundheit ist weil ich auch so wie das überhaupt der grauen gilt wir hörten dass ihr ebenso schmach und für diese schmach zuständig seit nun ja er applaudiert leicht in seinen handdrücken das war ein kleines malheur könnte man sagen ein solches maß an wissen in die saugrüssel dieser insekten zu geben dieser vielleibigen klage auf der hier sind sich gute was sie hier lang gelastet habe war es hinterher wenigstens den richtigen zu überstellen den richtigen nach brabock nun besser wir sie nicht war spektabel ist und ich würde das wissen doch lieber in unseren köpfen wissen selbst in dem von magistram hallo rima wartet doch nur ab sobald die heuschrecken schwärme brabock endlich erreicht haben er wird der rest schon sein weg zu uns finden die dabei ist der große schwarm es muss jetzt jedes jahr soweit sein wartet nur ab also gut zu lamin was habt ihr noch warum ist beutags hier ich wollte mir das konnte einmal anschauen hier und außerdem habe ich gehört ich habe einen fliegenden teppich und das finde ich sehr interessant ich habe mir im vorfeld große gedanken darüber gemacht welche art von magie wohl trägt ob es sich tatsächlich um eine elementare komponente oder doch die lese handelt möchte euch da auch nicht löcher in den bauch fragen aber mich hat diese kleine frage ins besicht bereits wenn ihr versteht teppiche haben eine persönlichkeit es werden luftelementare hinein gebunden oder sogar schöne helorosol voll nur ist schon seit lange mit meinem besitz nun wenn ihr den geist gut behandelt und wer sich dort wohl fühlt den gedanken bist naja also ich persönlich es freut mich dass sie einen so schön hätte ich habe nun ich denke wir sind nicht hier um über teppiche zu reden ich dachte das macht man in den thulamigen landen so nein wir sind hier um über die zukunft der schwarzen gilde das beratschlagen das congelium sinistra ich hörte davon die idee kam mir als ich die weiße beziehungsweise schwarze gelder betrachtete sie mögen rückständig sein und verhaltet in ihren ansichten vollkommen überfordert aber was sie haben ist zusammenhalt dies fehlt uns so lange es halt wie conservat in dem ganzen vor steht glaube ich auch nicht dass sich daran irgendetwas ändern wird es liegt auch an euch das zu ändern es liegt an euch das konzil konzil wir zusammen treten zu dürfen und dass ich sowas hin bequemte sich nach fasa begibt und vor mir kriegt dann mögen wir es in betracht ziehen bisher hat das allerdings nicht getan seht ihr genau diese einstellung meine ich wir kriegen uns gegenseitig anstatt uns den wirklichen feinen entgegen zu stellen ganz recht wir müssen aus dem großen schwarm endlich stellen den kolmen wie man sagt er muss gar wenn selpikon zurückträte und ihr die leitung der schwarzen gilde übernehmen würdet wie würde sich das konzilium sinistra verändern nach euren vorstellungen nun wir herrschen mit macht dies erwarten aus mir haben nicht aufbringen kann wir sind das erbe der kopter ihr würdet also keine energie mehr auf rechtfertigung verschwenden ich euch recht rechtfertigung ich stehe nicht mit dem rücken zu wandern muss mich verteidigen ich rechtfertige mich nicht ich befehle das dachte ich mir es geht doch nicht darum im konzil zu beherrschen oder zu herrschen und andere zu beherrschen es geht darum uns weinen unsere macht zu stärken verehrter jamurin ist sie habt ihr wirklich noch gar nichts verstanden das ist wirklich außerordentlich bedauerlich natürlich geht es darum zu beherrschen um nichts anderes geht es wenn wir so weitermachen wird diese schwarze gilde vielleicht irgendwann nicht mehr existieren bei wir schon ständig gegenseitig bekämpfen die gilde wird tun was sie immer getan hat wenn eine bedrohung von außen sie tut gar nichts wenn eine bedrohung von außen anrückt er man ist und sie wird zusammenhalten morales seit wie vielen jahren seid ihr mitglied der schwarzen gilde ich fürchte seit wie einem jahr okay wisst ihr seit wie vielen jahren ich in der bruderschaft der wissenden man sie für länger korrekt sehr viel länger und ihr wollt nun nach einem nach zwei jahren euch zu mir gesellen und mir ratschläge geben und nette hinweise es überliegt obliegt mir nicht euch ratschläge oder hinweise zu geben es ist der versuch die schwarze gilde stärken zur kenntnis genommen also wenn ich auch noch eine sache sagen dürfte ich weiß ich möchte mich nicht in eure internen angelegenheiten einmischen dass wir vermessen ich wollte nur vielleicht noch eine neue perspektive eröffnen mit dem blick eines etwas älteren lebenden geschöpfs hier und zwar ich kann euren punkt durchaus nachvollziehen es ist wichtig mit macht herrschaft auszüben gerade wenn man eine stringente struktur verfolgt aber es gibt und da hat aber mir recht auf der anderen seite auch punkte an denen man um seine macht zu sichern kompromisse eingehen muss letztlich ist die frage wo der konsens am sinnvollsten ist ich denke mal im ganzen gildengeflecht in dem ihr euch bewegt ist es ja am besten wenn die schwarze gilde die weiße gilde und die graue gilde einander in strukturen und auch den funktionen die resultieren aus dieser tatsache jeweils einen wesentlichen aspekt repräsentieren und das wäre doch der konsens in ihr einzugehen wollt und es jetzt so ist dass der eine oder die andere person diese macht ausübt das muss die mache ich will mich zu langweilen beutags ich wurde unter einer grünen sonne geboren ich lasse mir von euch nichts sagen ich wollte euch auch nicht sagen langweilt mich das passiert aber denkt darüber nach ich will es euch mitgeben ich möchte euch ebenfalls verleinern wenn ihr es nicht schon wisst wenn ihr der dem konzil fern bleibt wird auch ohne euch entschieden werden so oder so so habt ihr die möglichkeit das konzip zu gestalten ihr vergesst dass unsere mitgliedschaft in der schwarzen gilde eine sache unserer duldung ist und nicht eure notwendigkeit tatsächlich kann sich die schwarze gilde glücklich rühmen dass wir teil davon sein möchten natürlich werden wir sie anführen auch wenn das sabbatin noch nicht bewusst ist dazu müsst ihr längst dem konzil beitreten nicht wahr ihr missversteht die situation wenn sich ameisen unter euch einander treffen oder dass ihr anwesend seid treffen diese keine entscheidungen die euch beeinflussen sind wir nicht anwesend gibt es keine entscheidung wir nur wenn wir anwesend sind das ganze überhaupt ein zweck der rest ist nettes beiwerk aber wir sind die wahre macht schaut euch um dort meine kollegas an dann versteht ihr welchem was wir sind welche macht besitzt sie denn außerhalb von fasa welche macht benötigen wir denn außerhalb von fasa wir sitzen im zentrum von aventurien nun wenn ihr das glaubt fasa ist alles und alles ist fasa geht wieder zurück nach unten in den staub schaut euch morgen die arena kämpfer an und seid glücklich führt euer leben aber ich glaube dass euer stern ausgebrannt ist ihr habt ein zwei jahre einige heldentaten vollbracht aber in wenigen jahren wird niemand mehr euch und eure gefährten kennen wir dagegen sind unvergänglich und ich denke dann ist alles gesagt ihr stärkt die gilde am besten indem ihr euch selbst stärkt magister mag uns verzeiht ich bin mir sicher dass seine erhabene spektabel ist euren worten mehr gewicht schenken wird solltet ihr eure leistungen in der magie unter beweis stellen nun magister die laban er hat seine arbeit noch nicht abgegeben er ist nur ein adeptus major ist es noch nicht so her aber zeit die zeit vergeht ich dachte es wäre schon geschehen nein nein er hat seine arbeit immer noch nicht abgegeben mehr als enttäuschend ich bin mir sicher wenn der junge eines tages die basilus prüfung abgelegt hat können wir seinen worten sicherlich ein weiteres ohr schenken als ernst magier und tatsächlich ohne insekten ich glaube wirklich dass ist 3 isa und vorher zu einem erz magieren wird er wird so lange in ihrem schatten stehen so sagt mich das würde die es nicht sehen wie er es zumindest versucht aber ihr wisst doch diese weiß magier die sterben wie die fliegen was ist denn die basilius prüfung wenn ich einmal kurz fragen darf und euch hat man in der grauen gilde aufgenommen die standards gehen wirklich bergab dort lehren sogar hexen und ein zweitjährigen novizen würde ich dafür in an und herantel verwandeln aber einen geprüften adepten wir sollten gehen wir müssen uns diese beleidigung nicht länger anhören zudem ihn das war wirklich schön euch zu sehen richtet bitte schau dir meine grüße aus mit dem grüßen vergnügen doch noch einmal besuchen wenn ihr möchtet ihr seid in unseren höhseelnehmer zu allem aller größten willkommen eingeladen aber sehr gerne könnt ihr auch bleiben die anderen finden sicherlich allein zurück aber sehr gerne wenn ihr mich einmal einladet dass ich eine vorlesung zu der armbrust halte mache ich das natürlich sehr gerne dann gehen wir auch noch ein piechentrinken nicht wahr wir werden mein persönliches gemacht besuchen und du da hast klar war eine notiz sprechvermögen einschränken etwas sagte ich gerade ja eine führung das sind gerade sehr merkwürdige züge an ein forschungsprojekt wenn ihr mit ihm fertig seid führt ihn unbedingt vor das stelle ich mir spannend vor ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt sehr gespannt ob ihr durch die magische resistent eines zwerges kommt ich auch ist es nicht aufregend der letzten die kommenten warum ist das nicht so gut bekommen aber ach diese taschen bekommen damals höhere brabacherin gewesen ich könnte einen kompetenteren weichnam erheben nun ihr ehrt mich auf jeden fall mit eurem angebot amusgar aber ich denke wir werden dann wohl noch einige heiltränke für unsere gefährten erwerben die sich morgen in der arena prügeln wollen man hat schließlich eine verantwortung für seine gäste gebt acht dass sie euch nicht die geben in die sie die matten hineinrühren aber natürlich die großen mit ganz gewiss das wird er sich nicht entgehen lassen was wir uns dann nicht einmal zu bekommen doch nicht das wäre sehr schön wir werden nach augen sehen auf alle leistung werfen sehr gut das freut mich ihr dürft euch erheben wir sind hier fertig dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und ach so weil man das ja im guten ton von den thunaminen landen so macht wenn man am ende ein gutes gespräch geführt hat ich habe unlängst beim prajus tempel den finger des heiligen st gilborn gekauft und ich dachte der würde sicherlich super bei euch passen ich weiß doch geschenke macht man den thunaminen landen am ende dann bitteschön es war mir ein größtes vergnügen mit euch zu sprechen es tut mir leid der riecht etwas schlecht aber das sind halt prajus heilige kann man nichts machen schabob wird ihn nehmen bitte ich denke dieses geschenk ist eindeutig an eure nach eurem fähigkeitsbereich gerichtet tommy katerian klatscht wieder an die hände zu lamin bringen sie raus zu lamin nickt verbeugt sich und abel mir steht wahrscheinlich eh schon an der tür das war ja belustigend gut und wenn wir dann draußen sind würden wir wohl das noch mit irgendwelchen bediensteten regeln denn die magister sind sicher bestimmt so schade um mit heiltränken zu handeln oder so ja ihr könnt natürlich noch bei der beim aus bei der ausgabe könnte dann noch die jeweiligen heiltränke erwerben für gutes geld und dann wieder zurück in dein kleine in eine kleine stadt wieder gehen von der auch wohl raffin dieser hohen und janan wieder zurückgekehrt sind nachdem sie in der stadt einige dinge gekauft haben auf dem rückweg würde ich aber mir gerne etwas sagen abel mir ja ich weiß dass wir handelten mich hier unten aber weiß auch dass nicht alle in deiner gilde so sind weil du bist das beste beispiel dagegen du gehst gedacht und klug vor bist bereit kompromisse einzugehen und du drohst nicht einfach so aus dem bauch heraus ohne dann wirklich etwas zu zeigen ich meine die müssen das weil wir sind die schon ich habe noch nie von denen gehört und seien wir ehrlich wir mögen sie eine große nummer sein aber außerhalb von fasa wird man sie nicht kennen also richtig deswegen nicht auf du machst das ganz gut ist die spektabilität er sollte es besser wissen das tut mir so leid dass ich nicht mehr zu ihrer unterstützung sagen konnte diese anderen gelackten lackaffen aber aber mir das musst du doch verstehen ihnen geht es nur um macht und machterhalt und macht machen sie über furcht und angst und druck kenntlich und sie verstehen nicht was etwas viel größeres dahinter liegt aber du schon sie wissen es aber sie ignorieren es in ihrer arroganz zwischen wissen und verstehen ein großer unterschied und ich denke sie leben in dem bewusstsein dass selbst wenn die schwarze gilde zerbrechen sollte die alachami würde fortbestehen als ihr komfortabel weit weg von allem als was als dina als sklave der heptarchen was glaubt ihr wenn hafax vor der tür steht sie würden doch sich genauso verhalten wie jetzt ja sie einladen und dann würde sich zeigen wer gewinnt sie würden sich unterwerfen tomek und sich unterwerfen da würde er sterben habt ihr hafax schon kennengelernt nein aber ich kenne tomek würde auf hafax steppen gruselig aber mir da seid ihr ja nach und jetzt noch jahrland wir haben blumenkratz gekauft da hängt ihr tatsächlich ein blumenkranz um es ein bisschen lädiert er war wohl nicht immer in der tasche aber jetzt wohl etwas das grob gehandhabt haben hat das ganze doppelt so lange gedauert also es hat nicht einmal so lange gedauert bis ich diese wunderbaren kleinen sagen büchlein erstanden habe und die rätselhefte und wahlner mag die besonders gern der unterschied ist dieser rund wenn ich nach hause komme wird meine frau sich freuen die man diesen ganzen exotischen kuriositäten nicht mitbringen während ihr bücher anschleppt als hätte euer mann nicht bücher und bücher und bücher zu hause was ihr lebt neben einem sinde tempel dieser und ihr habt bücher zu hau bringt ihm etwas exotisches mit etwas aufregendes ich bin mir sicher dass er das sind wirklich ganz außergewöhnliche sagen und überhaupt ich finde hier beigerecht man kann ja bücher mit etwas außergewöhnlichem verbinden zum beispiel bücher wenn man sie aufklappt dann klappt doch etwas anderes auch so eine art bild von dem ihr habt also kennengelernt glaubt ihr wirklich er würde sich nicht über ein buch freuen jedenfalls mehr über so einen komischen teller mit einem esel und seht ihr das hier das ist ein aufs papier gefalteter drache sieht ihn euch an verbrenn ihn verbrenn ihn los ist ein drache wieso müsst ihr jeden scheiß kaufen es tut mir leid dass ich zu meiner persönlichen entspannung hier mit raffin ja aber wir haben keine zwei meter und da kann der nächste und ihr habt es wieder gekauft machte keine sorgen ja dann hängt ihm den mittlerweile vermutlich fünften blumenkranz um den raffin wieder abpreist wenn gerade keiner hinschaut ich habe eine sorge morgen gehen wir in die arena und da kommen die auf euren kosten die jahre an drogen gegeben irgendwie wird er so aber ich muss gestehen dieser tee den ich am anfang gekauft habe war etwas seltsam dieser ruhen das nächste mal gehen wir alleine wenn etwas mit diesem tee gewesen sein sollte finde ich ist die auswirkungen nur positiv ich freut mich dass sie so einen schönen ausflug hat ja zulamin das sagt ihr nur weil ihr nicht dabei wart wie er zu jedem stand gelaufen ist zu jedem weißt du wieviel der leucht zurück tragen musste hat er denn noch geld kostet ja alle nix dumme scheiße es bezahlt hat also so wie er jetzt ist es gar nichts von vor zwei stunden da ist er herumgelaufen ich dachte schon er bekommt gleich einen herzanfall hierhin dahin dahin dorthin irgendwas war an diesem tee es gibt viel zu sehen dann kennt man ihn ja gar nicht lasst uns doch alle erst einmal nach hause gehen ich denke es wird bald finster ich finde diese entwicklung durchaus positiv ihr schaut ihn euch doch an er wird viel entspannter und gelassener als noch gestern ich denke er hat die strapazen der reise gut abgeschüttelt ja lasst uns den abend im innenhof ausklingen lassen